Die Straßengewalt in Frankreich als Wahlkampfvideo in Warschau. Wir wollen keine solchen Szenen auf polnischen Straßen, heißt es im Tweet von Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki. Lässt sich aus den Plünderungen und Brandanschlägen in Frankreich politisches Kapital in anderen Ländern schlagen? Polens rechtsnationale Regierung scheint davon überzeugt zu sein. Schlimmste Szenen von den Radalen in Frankreich, dazwischen geschnitten polnisches Bullerbüh. Beschauliche Städtchen, ein Mädchen, das in Warschau Blumen aussucht, eine Familie beim Sommerpicknick. Die Botschaft vermittelt sich eigentlich von selbst. Ein kräftiges Klopfen auf die eigenen Schultern. Überschrieben ist das Regierungsvideo mit dem Satz Unser Plan ist ein Europa der sicheren Grenzen. Sicherheit und öffentliche Ordnung, das sind die Werte, von denen alles andere ausgeht. Was die polnische Regierung in Kauf nimmt, das Video muss auf Frankreich wie bitterer Hohn wirken. In Sachen Reichweite ist das Video ein Coup. 3,6 Millionen Mal wurde es bisher angeklickt. Die Reaktionen fallen allerdings gemischt aus. Neben Zustimmung erntet Morawiecki auch reichlich scharfe Kommentare und den Vorwurf der Propaganda. Das Video muss auf den Begriff stellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020